Willkommen zur letzten OSM-Session der heurigen Foskis. Wir hören drei Vorträge, bevor es dann in die Mittags-Kaffee-Pause und zur Abschlussveranstaltung geht. Der erste Vortrag ist von Tobias Knerr, dem Hauptentwickler von OSM2World und wir hören jetzt Neuerungen von diesem Projekt. Tobias Knerr, dem Hauptentwickler von OSM2World. Danke. Gut, dann steige ich auch gleich mal ein. Mein Vortrag teilt sich im Grunde in zwei große Abschnitte. Sieht man schon an der Überschrift. Der erste Teil ist OSM2World. Was ist das eigentlich für die, die es vielleicht noch nicht kennen? Und der zweite Teil, da will ich dann ein bisschen hinter die Kulissen des Programms blicken. Wieso verhält es sich so, wie es tut, wie ist es dazu gekommen, dass bestimmte Designentscheidungen getroffen sind. Zunächst mal zur groben Übersicht. OSM2World ist ein freies Softwareprodukt, dessen Ziel sich auf den Nenner bringen lässt, 3D-Landschaften aus OpenStreetMap-Daten zu generieren. Diese 3D-Landschaften lassen sich dann exportieren und in einem externen Programm weiterverarbeiten, zum Beispiel Blender oder Pothway. Oder man kann mit OSM2World auch direkt Grafiken rendern und die dann zum Beispiel für eine Online-Karte, für Screenshots, für Animationen oder Ähnliches nutzen. OSM2World bietet zum einen eine Kommandozeilen-Oberfläche, mit der sich Aufgaben gut automatisieren lassen. Es gibt aber für den Einstieg auch eine grafische Oberfläche für das Programm. Diese grafische Oberfläche ist eine lokal installierte Java-Anwendung. Sie ermöglicht es einem, alle unterstützten Datenquellen zu benutzen, um OSM-Daten zu laden, stellt dann gleich die geladenen Daten via OpenGL dar, so dass man sehen kann, ob es irgendwelche Probleme gegeben hat beim Import. Erlaubt dann die freie Navigation im geladenen 3D-Modell, so dass man beispielsweise Kamerapositionen für spätere Szenenrendering ausprobieren kann und erlaubt auch direkt aus der grafischen Oberfläche heraus den Export in alle unterstützten Zielformate. Gut, OpenGL-Rendering ist natürlich insofern ein gewisses Kernelement, des Programms, als es nötig ist, um Teils aus 3D-Daten zu berechnen und eben, wie gerade erwähnt, auch in der grafischen Oberfläche zum Einsatz kommt. Deshalb wird an OpenGL-Rendering auch eigentlich seit Jahren geschraubt, unter anderem auch im Rahmen des Google Summer of Codes, davon haben wir ja vorhin gehört, sowohl im letzten Jahr, dabei sind Effekte wie zum Beispiel Schattenwürfe hinzugekommen, und in diesem Jahr. Das ist ein Work in Progress von einigen Effekten, die gerade von einem Studenten im Rahmen des diesjährigen Summer of Code bearbeitet werden. Da geht es dann um Dinge wie atmosphärische Farbberechnungen, über tageszeitaufhängige Beleuchtung, über prozedurale Texturen und es wird auch gerade, das ist auch noch sehr Work in Progress, daran gearbeitet, eine größere Anzahl Lichtquellen gleichzeitig zu unterstützen. Gut, soviel mal kurz zum Programm OSM to World. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht zu den einen oder anderen die Frage, der damit bisher noch nicht in Kontakt gekommen ist, warum braucht man eigentlich, wenn man doch so schöne OpenStreetMath-Karten hat, noch 3D? Welchen Mehrwert bringt das? Dazu hole ich mal etwas länger aus und erinnere daran, dass aus unserer damaligen Perspektive schon 2008, 2009, viele deutsche Städte in OpenStreetMath als vollständig erfasst galten. Damals war damit aber gemeint, dass alle Straßen erst mal in der OpenStreetMath-Karte drin sind. Mittlerweile haben sich ja die Ansprüche etwas erhöht und man findet auch zu vergleichsweise kleinen Punktobjekten wie, naja, mal beispielsweise über dieser Baum rausgegriffen, detailreiche Daten, die in den 2D-Karten so überhaupt nicht mehr auftauchen. Das sind Dinge wie, naja, beim Baum Höhe oder Stammumfang, der Kronendurchmesser, Klassifizierungen wie Art und Funktion des Baums, Spezies und vieles mehr. Diese Beschränkungen, dass bestimmte Eigenschaften nicht angezeigt werden können, bestehen in 3D-Karten nicht so eng. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass diese Attribute von diesem Baum alle in die grafische Darstellung umgesetzt werden. Das dient natürlich zum einen zum optischen Feedback für den Mapper. Es ist ja bekannt, dass es für viele deutlich motivierender ist, für ein Anwendungsprogramm zu mappen, als für irgendein hypothetisches zukünftiges Szenario. Es ist aber nicht nur so, dass es rein als Service für die Open-Street-Map-Community gedacht ist, sondern es gibt auch tatsächlich konkrete Anwendungsfälle, die auch heute schon mit 3D und OSM2World bedient werden können. Dazu zählt beispielsweise die klassische Pseudo-3D-Karte. Also man kann eine 2D-Karte nehmen mit ein paar Gebäudeaufrissen oder Ähnlichem aufwerten, wie es ja auch bei vielen Online-Kartenanbietern bereits heute geschieht. Das ist ein Anwendungsfall, der mit OSM2World bereits möglich ist. Bei 3D denken natürlich viele, gerade aus der jüngeren Generationen, auch an 3D-Spiele. Das ist auch ein weites Anwendungsfeld, wo es bereits erste Experimente gibt, OSM-Daten auf diese Weise einzusetzen. Das ist mal ein etwas älteres Beispiel, sieht man auch an der Grafik, wo ein Nutzer sich mal die Mühe gemacht hat, einen SuperTuxCard-Converter zu schreiben, der in dem freien Rennspiel SuperTuxCard die Verwendung von Open-Street-Map-Daten als Rennstrecke erlaubt. Für manche Zwecke will man auch einfach nur einen bestimmten Bereich, ein bestimmtes Gebäude vielleicht mal schön in Szene setzen, zum Beispiel im Rahmen eines Videos. Auch das ist etwas, was mit OSM2World schon gemacht wurde. Und dazu gibt es zum Beispiel hier ein Beispiel. Oder wenn es gleich noch moderner sein soll, kann man auch gleich in die virtuelle Realität einsteigen. Nicht zuletzt 3D ist momentan auch sehr im Gespräch. Das Thema 3D-Druck ist auch etwas, woran man denken kann, wenn man sich überlegt, wofür kann ich so etwas wie OSM2World eigentlich benutzen. Gut, jetzt waren wir mit OSM2World im Abschnitt fertig. Jetzt möchte ich mal zu dem zweiten, hier noch ausgegrauten Teil gehen, hinter den Kulissen. Was verbirgt sich dahinter eigentlich? Wie werden die ganzen Tagging-Schema-Teile eigentlich umgesetzt? Auch was für Schwachstellen gibt es bei OSM2World vielleicht noch, die man auf den ersten Blick nicht sieht? Anfangen möchte ich, wie es eigentlich traditionell ist, im 3D-Umfeld mit Gebäuden. Gebäude sind wohl das, was mittlerweile am meisten in 3D getaggt wird und wo auch die entsprechenden Datenerfassungsschemata in OSM2World am weitesten fortgeschritten sind. Vielleicht kennen es viele schon, das Schlagwort für 3D-Gebäudeerfassung in OSM ist die Simple 3D-Buildings. Das ist eigentlich ein recht einfaches Konzept. Man hat ja klassischerweise zur Erfassung von Gebäuden in OpenStreetMap den Gebäudeumriss als Building Yes getaggt. Zusätzlich wird einfach durch Simple 3D-Buildings noch die Möglichkeit eingefügt, dieses Gebäude in Teilflächen zu zerlegen, die voneinander abweichende Eigenschaften, also abweichende Höhe, abweichende Farbe, abweichendes Material oder beliebige andere abweichende Tags haben können. Die sind jeweils auch einfach Flächen und werden eben mit dem Tag Building Part Yes getaggt. Solche Gebäudeteile, davon sieht man hier drei, könnten dann zum Beispiel eben mit unterschiedlichen Höhenangaben versehen werden oder weil die Höhen, was wir jetzt auch schon auf dieser Konferenz erfahren haben, nicht immer so einfach zu messen sind, kann man sich bei Gebäuden auch einfach damit behelfen, dass man die Stockwerke zählt und als Attribut an die Gebäudeteile hängt. Ebenfalls zum Feature-Umfang von Simple 3D-Buildings gehört es, unterschiedliche Dachtypen, von denen hier nur einige wenige dargestellt sind, zu unterstützen, mithilfe des Schlüssels Roof Shape sowie einigen anderen Zusatzattributen. Das ermöglicht relativ schnell, zum Beispiel auch einfach, wenn ich ein Gebäude habe, das nur aus einem einzigen Teil besteht und eben ein Walmdach hat, dann ist das ein einziger Tag, den ich hinzufüge, mit dem das Gebäude dann doch gleich deutlich realitätsnäher wiedergegeben werden kann. Farben habe ich bereits erwähnt, in Kombination mit beliebigen Materialien. Osm2World benutzt hier eine Art Schichtenkonzept, bei der beliebig viele Schichten übereinander kombiniert werden können, beispielsweise als Grundschicht eine Materialtextur, darüber Fenstertexturen, das Ganze dann noch eingefärbt in unterschiedliche Farben. Gut, ein Problem, das man bei 3D-Gebäuden manchmal hat, wenn man sowas wie eingangs gezeigt sehr aufwendig modelliert, dann bekommt man natürlich relativ viele einzelne 3D-Elemente, also relativ viele Flächen, Nodes und Waves. Da wurde auch schon gleich während der Erfindung von Simple 3D-Buildings die Idee kreiert, naja, wir haben Relationen, wir könnten einfach sämtliche Gebäudeteile, Nodes, Eingänge, sonst irgendwelche Elemente als Member in eine Relation packen, dann ist das doch gleich viel schöner, eleganter, datentechnisch sauberer. Nun ist es aber so, wenn man sich mal Daten anschaut, dann wird diese Relation eigentlich nicht wirklich konsequent genutzt. Es ist so etwa in der Größenordnung, also 10% der Gebäudeteile sind in so einer Relation, die anderen 90% nicht. Also bei der Auswertung sich daraus zu verlassen, dass so eine Relation vorhanden ist, ist eigentlich keine gute Entscheidung. Und auch beim Mappen würde ich jetzt mal sagen, es gibt zwar einige Randfälle, in denen nur durch eine Relation bestimmte Unklarheiten bereinigt werden. Also solche Dinge wie, wenn ein Gebäude ein anderes überlappt oder sowas, was man in der Realität nur sehr selten findet. Aber meistens braucht man sie nicht. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch so, das habe ich auch bei OSM2World so umgesetzt, dass sich der Renderer eigentlich darum kümmern sollte, die Sachen zusammenzufassen und sich nicht darauf verlassen sollte, dass der Mapper das dann auch wirklich nochmal in eine Relation packt. Auch ein Thema, das während dieser Konferenz schon angeklungen ist. Ich kann es verstehen, nicht jeder interessiert sich für 3D und manchmal denkt man sich, naja, wie wäre es, wenn wir dieses ganze Zeug eigentlich in eine extra Datenbank tun und dann haben wir bei OpenStreetMap keinen Stress damit. Von der anderen Seite gesehen, es gibt halt Gebäude, was weiß ich, Eiffelturm, den will man eigentlich nicht wirklich in einem OpenStreetMap-Editor nachbauen. Das nimmt dann auf einen bestimmten Punkt doch überhand. Von beiden Betrachtungswinkeln kommt man dann eventuell zu der Überlegung, ja, bauen wir eine Datenbank, in der wir einfach 3D-Modelle ablegen können und verlinken diese dann über eine ID oder URL aus OpenStreetMap. Dann haben wir für eine 3D-Darstellung eines Gebäudes einfach nur ein Tag mehr. Und ja, das war es dann. Für manche Gebäude, wie gesagt, werden wir das auf jeden Fall brauchen. Deshalb bin ich auch eigentlich ein Freund davon, dass sowas mal eingeführt wird. Ich hätte mir eigentlich erhofft, dass es das bis jetzt schon längst gibt, aber wie man sieht, sowas dauert immer doch ein bisschen länger, bis es sich mal durchgesetzt hat. Aber man muss auch bedenken, ich würde mich auch nicht dafür aussprechen, dass wir jetzt komplett aufgeben, in OSM Gebäudeinformationen, 3D-Informationen ablegen zu wollen, weil so ein externes Repository natürlich bedeuten würde, ich male mein Gebäude dann nicht mehr mit Chosen, sondern ich male es zum Beispiel mit Blender. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Einstiegshürde für jemanden, der in OpenStreetMap schon mappt und sich damit auskennt, dass er dann nochmal eine sehr komplexe, andere Software erlernen muss. Es ist auch so, wenn man zwei unterschiedliche Datensätze hat, dann ist es sehr schwierig sicherzustellen, dass diese auch wirklich nahtlos zusammenpassen. Beispielsweise, ich habe eine Straße, die zum Eingang eines Gebäudes führt, dann will ich auch, dass diese Straße genau, fast genau an dem Eingang ankommt und nicht irgendwie zwei Meter daneben. Ich will, dass die Nachbargebäude sich nicht gegenseitig überschneiden oder Lücken dazwischen sind, sondern eben wie in der Realität nahtlos zusammenstehen. Und ich möchte eigentlich auch, dass zum Beispiel, wenn ich ein Geländemodell einbaue, dass die Gebäude dann nicht irgendwie wahllos reingesetzt werden, sondern, was weiß ich, ich habe eine 3D-Brücke, dann soll die 3D-Brücke bitte an beiden Enden doch auch da aufhören, wo die Straße anfängt. Das sind alles Punkte, die muss man sich überlegen und sind aus meiner Sicht noch nicht ganz geklärt. Also es gibt noch Herausforderungen, wenn man wirklich diesen Ansatz eines 3D-Repositories gehen will. Für freistehende Gebäude oder andere Objekte ist es aber wahrscheinlich eine relativ einfache und gute Lösung. Aus dieser Perspektive heraus würde ich sagen, vermutlich wird es langfristig auf eine Koexistenz der beiden Ansätze hinauslaufen. Also mal die Extremfälle, der Eiffelturm liegt mit Sicherheit im 3D-Repository und das Gebäude, wo einfach nur ein Dach-Tag dranhängt und sonst nichts, kann man auf jeden Fall in OSM lassen. Wo genau die Grenze zwischen diesen beiden Extremfällen verläuft, das wird sich wahrscheinlich erst noch im Laufe der Zeit durch einen Community-Prozess herauskristallisieren. Gut, soviel mal zu Gebäuden. Habe ich mal etwas länger drüber geredet, weil es ja doch für viele noch das 3D-Problem, das 3D-Feature ist, was am meisten gewünscht wird. Es gibt aber eben auch so einige Dinge, die einem beim 3D-Rendering auffallen, wo man denkt, naja, das macht man entweder ganz anders als zum Beispiel beim 2D-Rendering. Andererseits gibt es aber auch Dinge, wo einem auffällt, man stößt doch wieder auf die gleichen Probleme, die auch die 2D-Renderer haben. Und bei Problemen, denke ich mal, liegt dieses Thema relativ nahe, die Küstenlinien. Die haben schon zu manchen Renderer Kopfzerbrechen bereitet in OpenStreetMaps, weil sie halt doch ein Feature sind, das sich von anderen Features deutlich unterscheidet in der Art des Modellierens. Zur Erinnerung an alle OpenStreetMapper. Küstenlinien werden gemappt als Ways mit Natural Coastline und die Regel hautet, das Land ist links, das Wasser ist rechts. Das ist eine wichtige Regel und ohne die würde das Auswerten auch nicht funktionieren, wie wir gleich sehen. Bei der Verarbeitung hat man nämlich das Problem, man hat ja kein komplettes Küstenlinienpolygon vorliegen, wenn man nur einen Kartenausschnitt da hat, sondern man hat nur einzelne Ways. Die müssen nicht mal miteinander verbunden sein, wenn man Fech hat. Also, wie rendert man sowas denn? So, die Ausgangssituation. Ich habe Daten in der hier sichtbaren Boundingbox heruntergeladen. Diese Daten enthalten vier Coastline-Ways. Zwei davon sind miteinander verbunden, die beiden anderen nicht. Wie komme ich jetzt zu dem Punkt, an dem ich feststellen kann, ja, welche Fläche muss ich jetzt blau malen und welche ist weiß oder grün? Dabei verlasse ich mich auf die Annahme, dass alle Daten innerhalb der Boundingbox vollständig sind. Wenn man das nicht annehmen kann, dann funktioniert das nicht. Der erste Schritt, den ich immer mache, ist, ich bestimme die Schnittpunkte zwischen der Boundingbox und den Coastline. Alles, was außerhalb dieser Boundingbox ist an Coastlines, wird einfach weggelassen. Im zweiten Schritt gehe ich einfach ringförmig um diese Boundingbox und vervollständige die noch nicht vollständigen Ringe an Coastlines, indem ich Stücke der Boundingbox hinzufüge. Wenn ich das fertig habe, habe ich ein oder mehrere Coastline-Ringe generiert. Und ab dann kann ich weiterverfahren, wie man es von Multipolygonen kennt und die entsprechende Fläche als Wasserpolygonen repräsentieren. Falls ich stattdessen Landpolygone will, muss ich es natürlich umkehren. Gut, also wir haben jetzt das Problem gelöst. Wir haben ein bis n Coastline-Rays in unserer Datenboundingbox und haben außerdem eine Wasserfläche daraus generiert. Jetzt ist es aber natürlich so, nicht in jeder Kachel gibt es eine Küstenlinie. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil ich meine, wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass es zwei Fälle gibt. Entweder die Kachel ist komplett Wasser oder die Kachel ist komplett Land. Ja, und wie unterscheide ich jetzt die beiden? Da habe ich bei OSM2World vor Jahren mal einen zugegebenen, etwas naiven Ansatz genommen. Ich habe mir gedacht, es gibt bestimmte Objekte, ja, die gibt es nur im Wasser oder die gibt es nur auf dem Land. Und wenn ich so ein Objekt finde, dann weiß ich ja, dieses Objekt liegt gerade in einer Wasserkachel oder Landkachel und kann dann die Kachel entsprechend einfernen. Als Default habe ich mir gedacht, naja, nehme ich mal Land. Das Problem ist, es ist sehr schwierig, Objekte zu finden, die ausreichend häufig sind und dann auch noch eindeutig entweder nur im Wasser oder nur auf dem Land vorkommen. Da hatte ich mal so Ideen, naja, nehme ich halt Flüsse. Also Flüsse, Meer gibt es ja nicht. Tja, falsch gedacht, weil bei OpenSüdMap manchmal eben die Coastline etwas weiter in die Mündung eines Flusses reingezeichnet ist. Der Fluss, als die Mittellinie des Flusses, dann aber trotzdem noch weiter geht bis ins eigentliche Meer rein. Gut, dann hätte ich jetzt angenommen, meine Heuristik, ja, das ist Land, weil da ist ein Fluss. Stimmt nicht. Dann hat man so Dinge wie Bojen. Naja, gut. Bojen gibt es halt auch in der Flussschifffahrt. Unterwasserkabel. Naja, Unterwasserkabel werden manchmal trotzdem bis auf den Strand rausgezeichnet, der Weh. Funktioniert schon wieder nicht. Wenn man so etwas sieht, was da nicht funktioniert, dann bekommt man halt normalerweise solche Artefakte. Man hat mitten im Land plötzlich eine Wasserkachel oder umgekehrt. Naja, nichts ist gewesen. Deshalb werde ich wohl bald die Sache umstellen darauf, dass ich einfach mir mal die kompletten Küstliniedaten runterlade, weltweit, und das Ganze dann halt rastere. Also für jede Kachel bestimme, ist die ganze Wasser, ist die ganze im Land. Und wie gesagt, die Zwischenfälle haben wir das Problem ja schon gelöst. Das Problem ist dann natürlich wieder. Es hängt davon ab, dass man auch tatsächlich global saubere Coastlines bilden kann, was nicht immer gegeben ist. Es gibt halt doch Coastlines, die immer mal wieder jemand verändert und schon ist der ganze Kontinent kaputt. Und das löst natürlich das Problem auch nur für meine Online-Karte oder die Online-Karten anderer Leute, die OSM2World verwenden, weil, naja, wenn man mal eben das Programm auf dem Desktop startet und aus dem Chosen-Datei reinfüttert, dann hat man eben keine vorberechneten Küstliniedaten. Also, eine saubere Lösung ist da nicht leicht zu finden. Mal so als Nebenbemerkung. Eine Sache, die in OSM2World auch manchmal Fehler verursacht, ist, wenn jemand Daten herunterlädt und dabei Multipolygone nicht vollständig herunterlädt. Da könnte man sich verlegen, warum funktioniert das nicht, wenn diese einzelnen Coastlineways funktionieren. Naja, der Punkt ist gerade, da fehlt mir dann eben diese Information, dass ich diese Links-Rechts-Eigenschaft habe. Bei Multipolygonen gibt es die nicht und deshalb funktioniert dann auch der Umgang mit uns vollständig Multipolygonen nicht. So mal als Hintergedanke. Eigentlich ist das was, was wahrscheinlich auch wieder aufkommen wird, wenn man irgendwie partiellen Download vielleicht mal unterstützt. Aber nicht zum Beispiel im Rahmen der mythischen AP-Version 7. Die Online-Karte. Wer OSM2World kennt, hat wahrscheinlich schon mal gesehen. Die sieht in etwa so aus. Es ist einfach eine teilbasierte, eigentlich 2D-Karte, die aber erzeugt wird, indem 3D-Modelle gerastert werden, gerendert werden mit OpenGL und dann in normale Kacheln gezwängt werden. Damit verliert man natürlich Teile der Vorzüge von einer Online-Karte im Vergleich zum Beispiel zu WebGL. Aber das war damals eine Technologie, als ich das umgesetzt habe, die gab es da einfach noch nicht. Wo hatte ich eigentlich diese Idee? Es gab, beziehungsweise gibt es da diese OSM2P-OV-Karte. Es war eine relativ frühe 3D-Karte, die hat mich damals ein bisschen inspiriert, OSM2World überhaupt umzusetzen. Und da war damals auch eigentlich mein erstes Zielformat nicht OpenGL, sondern der Poffray Ray Tracer. Als ich damals versucht habe, dann mit Poffray eine Online-Karte zu erstellen, dann war natürlich klar, in Echtheit geht das nicht. Also wenn der Benutzer warten muss, wenn er irgendwie rumzoomt, bis dann die Karte mit Poffray gerendert ist, das dauert halt Minuten. Von daher hatte ich diesen Ansatz zur Kachelberechnung, den ich auch heute noch benutze. Ich hole mir ein Extrakt runter, rendere jede einzelne Kachel in diesem Bereich und lade sie auf der Festplatte ab. Das ist auch der Grund, warum momentan immer so Renderprobleme auftreten, weil der Festplattenplatz reicht für dieses naive Verfahren einfach nicht mehr aus. Jo. Jetzt ist es halt so, eigentlich werden ja viele von den Kacheln gar nicht angefragt. Und ich könnte viel Festplattenplatz sparen, indem ich einfach nur die Kacheln rendern würde, die ich eigentlich brauche. Inzwischen geht das auch, weil ich verwende ja jetzt OpenGL nicht mehr Poffray. Das könnte schnell genug sein. Deshalb habe ich ja auch schon angefangen, die Sache zu implementieren. und zwar, naja, wie man es kennt, auf Basis von Tyrex und mit einem Datenbank-Backend. Gut, dann komme ich quasi zum letzten Punkt, die Datenbank. Die Datenbank ist ja bei den Classroom 2D-Renderern eigentlich, naja, nicht wegzudenken. Aber bisher habe ich ja immer, naja, Geofabrik-Extrakte genutzt und in Datenkacheln gesplittert. Das heißt, aktuell unterstütze ich ein paar Datenquellen, zum Beispiel OSM-Dateien in verschiedenen Varianten, die Overpass-RP oder einfach als Einbindung als Java-Programm über eine Java-interne-RP. Aber, was bisher nicht dabei ist, ist eben das klassische PostgreSQL und damit auch das OSM2P-GSQL, was ja eigentlich, naja, man hat immer den Eindruck, das setzt eigentlich jeder ein. Jo, deshalb habe ich mir gedacht, naja, können sicher viele Leute gebrauchen und ich könnte da vielleicht auch mal meine Live-Rendering-Ambitionen umsetzen, baue ich halt mal Support für OSM2P-GSQL ein. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nochmal nur noch kurz, ich habe halt dabei feststellen müssen, das Tabellenschema enthält nicht mehr alle Daten des eigentlich vorhandenen OSM-Inputs, sondern es ist halt zugeschnitten, gefiltert, umgebaut für 2D-Rendering-Anforderungen. Zum Beispiel, Ways sind halt einfach eine Postgres-Geometrie, nicht mehr eine Liste von Node-IDs, wie sie eigentlich in den Eingangs-Dateien waren. Das ist zwar schön und gut, wenn man einfach nur die Linie vom Way rendern will, aber ich brauche halt für viele Sachen auch diese Verknüpfung mit den Nodes. Sei es, ich habe einen Node, der ist eine Tür, dann rendere ich die Tür, aber ich muss natürlich auch in den Gebäuden, das auf dem Way basiert, den Platz aussparen für diese Tür. Dafür brauche ich eben solche Beziehungen und noch für viele solche Beispiele mehr. Auch Relationen sind analog. Deshalb erstmal momentaner Workaround. Ich benutze halt den Slim-Parameter, der eigentlich nicht dazu da ist und schaune dann halt die Slim-Tabellen mit den normalen Tabellen bei meiner Anfrage und damit habe ich die Daten, die ich brauche. Bisschen Hack. Gut, damit bin ich am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke Tobias für den spannenden Vortrag und die vielen Themen, die in OSM2World passieren. Wir haben noch Zeit für zwei kurze Fragen. Mich interessiert, ob du auch schon Windkraftanlagen rendern kannst in 3D. Die haben manchmal einen Tag, der heißt Hubhigh, was die Nabenhöhe betrifft und Rotordiameter, also die Rotordurchmesser, geht das schon oder müsste ich da was ganz anderes vielleicht dann noch rendern, äh, taggen meine ich? Das habe ich meines Erachtens noch nicht drin, wäre aber ein leichtes, das einzubeigen. Mich würde interessieren, ob du auch gedeckst, in die Richtung Indoor zu gehen und, ähm, Gebäude innen Geschosse zu rendern und vielleicht auch, ähm, wenn du Gebäude hast, die unterirdisch sind, wie U-Bahn-Stationen, dass du so in die Richtung auch denkst. Kann man die Frage nochmal wiederholen? Indoor- und U-Bahn-Stationen ändern? Das Innere von Gebäuden, wenn du jetzt Geschossflächen hast, ob du in die Richtung auch denkst? Dinge wie U-Bahn-Stationen und so, das habe ich mal in einem Prototyp umgesetzt, äh, im Zusammenhang mit Indoor-Rendering. Das ist aber momentan noch nicht wirklich, äh, im aktuellen Branch drin. Liegt auch daran, dass sich seither eben nochmal die Indoor-Tagging-Schema-Tag geändert haben und von daher ein bisschen moving-touchert war bisher, das einzubauen. Okay, äh, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, äh, müssen wir weitere Fragen dann offline klären. Äh, vielen Dank noch einmal, Tobias, für den spannenden Vortrag. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus